Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe sie wie jeden Morgen durch ein paar meiner Handelsideen, die ich bei der Betrachtung der Charts regelmäßig hier an dieser Stelle auch bekannt gebe. Diese Informationen fließen auch immer, bevor wir hier live in Facebook darüber sprechen, auf den Blog von Tickmill. Wenn Sie mögen, können Sie das gerne auch direkt auf der Website von Tickmill verfolgen. Hier stehen im Blog-Eintrag alle Handelsideen, die ich hier entsprechend auch veröffentliche. Und wenn Sie hier hineinklicken, dann können Sie morgens ab ca. 8 Uhr schon lesen, was mir aufgefallen ist, wo ich meinen Fokus drauf habe. Das heißt hier die Handelsideen für den heutigen Tag. Da sehen Sie, es geht um die Währungen Euro-Britischer Pfund, Euro-Neuseeland-Dollar und Neuseeland-Dollar-Japanischer Yen. Immer mit den entsprechenden Ideen auch versehen, grafisch ein wenig aufbereitet für Sie, dass Sie die Dinge schnell auch verstehen können, was ich meine, worauf mein Fokus hier liegt. Und dann gibt es am Ende auch immer noch die entsprechende Video-Zusammenfassung. Die ist natürlich immer, wenn Sie morgens um 8 Uhr reinschauen, noch vom Vortag. Hier sehen Sie dann auch die Liste aller Videos, wo Sie direkt auf darauf zugreifen können. Und wenn ich dann nach der Webinaraufzeichnung das Webinar auf den YouTube-Kanal von Tickmill hochgeladen habe, dann können Sie natürlich jederzeit auch hier das aktuelle Video zur heutigen Besprechung sehen. Und diejenigen von Ihnen, die die YouTube-Videos auch anschauen, schauen Sie ruhig mal auf dem YouTube-Kanal von Tickmill vorbei. Da gibt es mittlerweile über 5000 Abonnenten dieses Kanals, damit Sie auch hier nichts verpassen. Wenn Sie mögen, werden Sie auch Abonnent. Auf der Seite von Tickmill in YouTube finden Sie die Playlist. Und da finden Sie zwei Playlists von mir. Zum einen die täglichen Handelsideen, wo wir hier jeden Tag, wenn die Börse geöffnet hat, die entsprechende Besprechung auch speichern. Und dann gibt es ja einmal in der Woche auch immer noch ein Webinar, wo ich etwas edukativen Inhalt gebe. Und da gibt es hier diese Ausbildungsvideos, die Ihren Erfolg entsprechend auch unterstützen sollen. Und die speichere ich dann entsprechend an dieser Stelle für Sie hier im YouTube-Kanal von Tickmill. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die heutige Besprechung der Handelsideen. Allerdings nicht ohne den Risikohinweis. Der ist obligatorisch. Das heißt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Als nächstes folgt der Blick auf die Nachrichten. Sie sehen, die Nachrichtenleiste ist heute etwas größer als gestern. Wir haben hier auch einige wichtige Nachrichten am heutigen Tage. Wir beginnen um 9.30 Uhr mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Um 10.30 Uhr gibt es Informationen zum Verbraucherpreisindex in Großbritannien. Ich habe ja heute auch eine Währungspaarung mit dem britischen Fund. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir das auch irgendwo mit im Hinterkopf behalten, diesen Termin. Um 16 Uhr gibt es aus den USA Nachrichten zum Thema Verkäufe neuer Häuser. Und wie jede Woche Mittwoch um 16.30 Uhr steht der Rohöl-Lagerbestand in den USA auf dem Kalender. Erwartet werden hier, Sie sehen es, einen Rückgang von 1,567 Millionen Barrel. Und heute um 20 Uhr deutscher Zeit, also nach offiziellem Marktschluss, gibt es das FOMC-Sitzungsprotokoll, um das es gewöhnlicherweise auch immer einiges an Bewegungen gibt. Da werden immer viele Erwartungen dran geknüpft, wo dann Prognosen gemacht werden, gerade zum Thema, wie entwickelt sich die Wirtschaft, wie entwickelt sich die Zinslage. Das sind die Dinge, die sind wichtig. Aus diesen Protokollen wird viel herausgelesen. Und am Nachmittag gibt es dann in den USA auch noch einiges um das Thema Einkaufsmanagerindex. Das heißt, um 15.45 Uhr bekommen wir einige Nachrichten hier zum Thema Einkaufsmanagerindex. Hier für das verarbeitende Gewerbe, für die Dienstleistung und dann auch noch den Gesamtindex. Das sind die Tagesnachrichten für heute. Und damit gehen wir auch direkt in die Charts hinein. Das heißt, wir schauen uns die entsprechenden Währungspaare einmal an, die ich heute für Sie vorbereitet habe. Wenn Sie auch ein Währungspaar haben oder einen Index, dann können Sie hier gerne auch im Facebook direkt fragen nach dem Titel. Und dann schauen wir uns den Chart entsprechend auch einmal an. Sie sehen hier den aktuellen Chart vom Neuseeland-Dollar, japanischen Yen. Und Sie sehen, was hier jetzt auch schon passiert ist. Der Markt hat unser Signal schon deutlich angenommen. Das heißt, hier sind wir von der Initialzündung her hier schon extrem weit gelaufen. Das heißt, hier für dieses Signal ist es, das passiert manchmal. Wir können Ihnen ja nicht sagen, wann ein Signal zum Laufen bekommt. Passiert es manchmal, dass wir einfach schon in den Markt hineinlaufen, dass der Markt uns vorwegnimmt. Sie sehen, an dieser Stelle ist das primäre Kaufsignal, beziehungsweise hier das primäre Signal, dass diese vorhergehende Trendbewegung wieder aufgenommen wurde, getriggert wurde. Wir hatten hier, Sie sehen es selbst, diese starke, massive Abwärtsbewegung, die den Markt hier unten hineingebracht hat in dieses Unterstützungsniveau. Wir hatten über dieses Pärchen auch schon gesprochen. Es gab hier einen Rebound sozusagen, da ist der Kurs nach oben gesprungen und hat halt im gestrigen Handel hier in diesem Widerstandsbereich um die Preise von 77,5 eine Umkehrkerze gebildet. Eine inverse Kerze sozusagen, wo der Markt stark nach oben gelaufen ist und dann stark abverkauft hat. Das war das Signal und diese Signale, Sie wissen es, wir haben die schon oft besprochen, werden bei Ihrer Bestätigung häufig dazu genutzt, dass es Anschlussverkäufe gibt. Hier haben wir jetzt mal ein Live-Beispiel, wie schnell das gehen kann. Ich sage ja auch immer, diese Signale sollten dann auch wirklich mit guter Dynamik kommen. Und wenn wir uns diesen Chartverlauf hier mal anschauen, wir hatten diese Signale immer mit guter Dynamik. Wir hatten hier so eine Umkehrkerze, massive Dynamik nach unten. Wir hatten hier wieder eine solche Kerze, massive Dynamik nach unten. Das heißt, wir können hier drauf schauen. Von der Seite her ist das jetzt hier schon extrem weit gelaufen. Sie sehen die Kursunterstützung, die ich hier angegeben hatte. Die ersten beiden sind direkt schon erreicht worden. Heißt für diejenigen von Ihnen, die möglicherweise im Intradihandel etwas bewegen wollen. Denn auch hier schauen Sie sich einfach mal die Trendverläufe in der Stunde an. Wir hatten hier das Thema, Sie sehen es, Bewegung hat diesen Aufwärtstrend hier gebrochen. Es gab aber noch keinen Abwärtstrend. Wir wollen uns ja immer mit Trends bewegen, weil viele Handelssignale auf der Trendbasis bestehen. Hier ist entsprechend der Trend mit entstanden in diesem Rutsch hier. Und Sie sehen, was hier entsprechend passiert. Also der Markt ist hier runter. Hier gab es nochmal eine kurze Korrektur. Wir werden sehen, wenn diese massive starke Dynamik auch erhalten bleibt, dann spricht auch nichts dagegen, dass der Markt nicht nur bis an dieses Unterstützungslevel hier unten rausläuft, sondern es kann auch genauso gut sein, dass der Markt noch deutlich tiefer nach unten läuft. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wenn dieser Bereich hier unten gebrochen wird, das ist nun doch eine Unterstützung, die schon eine ganze Weile auch gehalten hat. Und der Markt hat jetzt hier prinzipiell mehr Schwäche. Dann sehen Sie, wie weit das Potenzial nach unten auch gegeben ist. Das heißt, wir haben hier definitiv das Potenzial auch nach unten noch da. Der Einstieg ist jetzt hier schon relativ spät. Aber nichtsdestotrotz, wenn diese starke Intrad-Dynamik auch erhalten bleibt, dann spricht hier nichts dagegen in den kleineren Zeiteinheiten. Beispielsweise, wenn wir hier in der Stunde einen Rücksetzer sehen, entsprechend einen Handel zu betreiben. Ich meine, das sind ja die Fokuse, die wir hier reinsetzen. Ihre Handelssignale können Sie ja dann entsprechend in Trendrichtung gerne auch, vom Prinzip her, nach unten oder nach oben traden. Wichtig ist, hier haben wir einen Titel, wo ordentlich Bewegung drinnen ist. Und Sie wissen ja, ich mag es sehr, wenn Bewegung reinkommt. Und das ist auch etwas, wo viele Handelssysteme gut drauf reagieren, wenn Bewegung im Markt ist. Und hier ist offensichtlich momentan einiges an Bewegung da, wo sich das Hinschauen sozusagen auch mit lohnt. So, dann schalte ich mal wieder in den Tageschart um und schalte auch in das nächste Währungspaar hinein. Und zwar hatte ich vorbereitet den Euro-Neuseeland-Dollar. Auch hier im Tageschart, auch hier eine hochinteressante Situation, wo der Markt uns gesagt hat, hey, schau hier mal ganz genau hin. Warum sollten wir hier ganz genau hinschauen? Wir haben hier einen entsprechenden Aufwärtstrend, der seinen Korrektur-Tief hier unten in diesem Bereich gehabt hat, den ich Ihnen markiert habe, in diesem blau markierten Bereich. Und in diesem Bereich ist es dazu gekommen, Ich zeichne mal ganz kurz den Trendverlauf für Sie noch fertig. Wir hatten hier noch das höhere Hoch. Wir sind in der Korrektur ganz knapp unter dieses Tief hinuntergelaufen. Das heißt, aus trendtechnischer Sicht sozusagen ist dieser Abwärtstrend hier erst einmal gebrochen worden. Das ist die eine Geschichte. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, der Markt hat hier gebrochen. Wahrscheinlich lagen hier einige Stopp-Orders im Markt, wo die Mathematik bzw. die Computer einfach die Stops ausgelöst hat. Lief deutlich weit nach unten, auch bis in Unterstützungsbereiche hinein und hat dann komplett wieder nach oben gedreht. Das heißt, das war ein sogenanntes Intraday-Reversal. Und das ist wichtig für uns zu sehen. Das passiert immer wieder. Wenn an solchen wichtigen Marken zu viele Stopp-Orders liegen, dann gibt es häufig einen großen Rutsch. Und wenn die allgemeine Meinung allerdings nicht dem Konsens dieses Kursrutsches entspricht, dann sehen wir es auch oft genug, dass der Markt, so wie hier, in 3D wieder stark nach oben kauft und hier am Folgetag dann auch mit weiteren Kurssteigerungen gibt. Wichtiger Bereich war und ist hier oben diese von mir eingezeichnete Linie, dieser Bereich um die 1,75. Wenn der Markt hier weiter drüber steigt, ist das ein Zeichen von Stärke. Und Sie sehen, was der Markt hier momentan macht. Er läuft hier nach oben. Und wenn wir mal in die Stunde hineinschauen, dann sehen wir halt, dass wir in der Stunde mittlerweile einen Trend haben, der wieder nach oben gelaufen ist. Das heißt, wenn wir uns mal diese Trendbewegung angehen, und ich zeichne jetzt nur mal das letzte Stück weit hier ein, wir hatten hier entsprechend Bewegungen und Korrekturen vom Markt sozusagen hier gegeben, mit untergeordneten Trends. Das sehen wir hier auch sehr schön. Das heißt, diese Bewegung bestand auch aus einem untergeordneten Trend. Diese wurde erst mal hier beendet. Das heißt, hier sehen wir, jetzt ist erst mal die Abwärtsbewegung gebrochen worden. Dann hat sich untergeordnet hier ein Aufwärtstrend gebildet. Und dieser Aufwärtstrend hat es jetzt tatsächlich geschafft, hier über das entsprechende Hoch drüber zu laufen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, wir notieren wieder in diesem Widerstandsbereich hier oben drinnen, hier an dieser Stelle wäre es jetzt wichtig, dass diese Korrektur entsprechend läuft, wie weit sie laufen möchte, aber nicht unter diesem Tiefbereich hier drunter läuft und dann entsprechend wieder nach oben läuft. Das wäre dann das positive Szenario, wo wir sehen, der Markt will hier wieder nach oben, nimmt hier entsprechend die Richtung des vorhergehenden Aufwärtstrends wieder auf. Sie sehen ja, der Markt war hier aufwärts gerichtet, hat jetzt hier in der Stunde einen Abwärtstrend gemacht. Dieser Abwärtstrend ist gebrochen. Es gibt bereits einen neuen Aufwärtstrend. Und wenn dieser Aufwärtstrend sich hier entsprechend fortsetzt, dann läuft der Stundenaufwärtstrend wieder in die Richtung des vorhergehenden Trends in der Tagesbasis. Und das ist ein schönes Zeichen. Und das gibt dann auch entsprechend Potenzial. Warum gibt das Potenzial? Ganz klar, Sie sehen, wo wir hier unten stehen. Und wenn der Markt tatsächlich das Ganze wieder aufnimmt, dann haben wir hier auch die entsprechenden Punkte, die der Markt anlaufen kann, wo wir viel Potenzial entsprechend auch nach oben haben, wenn der Markt hier nach oben dreht. Und das ist das Wichtige. Wir brauchen auf alle Fälle hier in diesem Chart die Bestätigung, sonst wird das Ganze hier nicht so funktionieren, wie die Handelsidee das entsprechend auch hergibt. Das zum Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar. Und dann schauen wir noch einmal mit Blick auf die anstehenden Nachrichten auf das Währungspaar Euro-Britischer Fund. Auch interessant die Situation, die wir hier haben. Wir sehen einen Markt, der hier momentan der aktuelle Trend abwärts gerichtet ist. Ich habe Ihnen das hier mal eingezeichnet. Und dieser abwärts gerichtete Trend steht im Moment tief in seiner Korrektur. Sie haben es gesehen, das gestrige Tageshoch lief hier entsprechend in die 60% Korrektur hinein und hat dann eine Kerze der Unentschlossenheit gegeben. Das heißt, der Kerzenkörper befindet sich irgendwo relativ flach in der Mitte der gesamten Tagesbewegung. Das ist immer eine Situation der Unentschlossenheit der Marktteilnehmer. Und hier gibt es entsprechend immer zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist in Bezug auf diesen Trend hier. Also das heißt, diese Bewegung, Korrektur, Bewegung und tiefe Korrektur. Heißt, wenn diese Kerze nach unten hin bestätigt wird, dann haben wir die Situation, dass wir wieder einen Bewegungsarm haben, der zu diesem übergeordneten Abwärtstrend passt. Und würde dann hier entsprechend dafür sprechen, dass der Markt nach unten läuft. Und hier diese Unterstützungslevel, die ich hier eingezeichnet habe, in den Bereichen um 0,87, 565, 0,87, 483, 0,87, 371 und dann hier das Tagestief 0,87, 249 als Unterstützungen. Als Ziel dann entsprechend wenigstens von dieser Bewegung, die 0,87, 154, wenn man davon ausgeht, dass sich dieser Abwärtstrend entsprechend fortsetzt. Jetzt auf der Oberseite, wenn sich der Markt sagt, okay, es gibt doch mehr Käufer als Verkäufer, das heißt, die Preise steigen auf Grundlage des Nachfrageüberhangs, dann haben wir das Potenzial für die Oberseite da. Das heißt, das Spannungsmoment ist hier in beide Richtungen. Ich nehme mal an, erfahrungsgemäß wird es um die Nachrichten, die um halb elf kommen, einiges doch an Bewegung geben können. Hier wird der nächste Widerstand bei 0,87, 917, dann gefolgt dann hier oben von diesem Bereich um die 0,88,166 und 0,88,270. Das sind die wichtigen Bereiche und die sind, Sie sehen es, auch wieder in Magenta eingefärbt. Das heißt, die habe ich in den Stundenchart hineingeschaut und das ist die Tatsache, die wir hier momentan im Stundenchart entsprechend auch sehen. Sie sehen also hier wieder auch einen Markt, der momentan unentschlossen ist. Das ist die Kerze, die wir gesehen haben von gestern, die Tageskerze mit dem Hoch und dem Tief. Und seit gestern tingelt der Markt halt hier hin und her und hat noch keine entsprechende Richtung gefunden. Und das ist halt etwas, was die Trading Range auch hergibt. Und diese kleine Range, wenn sie in eine der beiden Richtungen verlassen wird, sorgt dann halt häufig für die Dynamik. Und das ist der Grund, weshalb ich diesen Wert hier entsprechend auch mit in die Watchlist für heute raufgenommen habe. Weil hier kann einiges an guten Bewegungen entstehen. Und der Markt ist hier momentan halt in der Situation, dass es so mehr oder weniger die Unentschlossenheit gibt. Und diese Unentschlossenheit, die wird sich in irgendeiner Art und Weise dann möglicherweise auflösen. Und dann können wir entsprechend traden. Das heißt, hier ist der Fokus drauf, diesen Titel auch auf die Watchlist zu haben. Und sobald Bewegung in den Markt kommt, halt von diesen Bewegungen zu partizipieren. Und Sie sehen halt auch hier diesen Trend nach unten, den wir gehabt haben, wo wir die Hochs gehabt haben. Und das sind entsprechend die Anlaufpunkte auf der Oberseite. Und hier dieser kleine aufwärts gerichtete Trend. Das sind die Tiefpunkte sozusagen entsprechend die Unterstützungsmarken nach unten hin zum Anlaufen, beziehungsweise hier dieses Ausbruchslevel. Also diese Marken ziehe ich aus dem Stundenchart hinaus, um sinnvolle Kursziele für Handelsideen auch herauszuholen. Das ist die Handelsidee hier für das Währungspaar Euro-Britischer Fund. Ich schaue jetzt noch einmal in den Facebook-Chat hinein. Da gibt es momentan noch keine Fragen. Von der Seite her sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die ein oder andere Idee führt zu einem guten Trade in Ihrem Portfolio. Wir lesen morgen wieder gegen 8 Uhr im Blog, wenn Sie mögen, voneinander. Und um 9 Uhr werde ich dann hier an dieser Stelle wie immer auch direkt auf die Handelsideen eingeben, das besprechen und wenn Sie mögen, auch den einen oder anderen Wunschmarkt ihrerseits einfach mal analysieren. Kommen Sie auf dieses Angebot sehr gern zurück. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen angenehmen Handelstag und gute Trades. Bis morgen, Ihr Mike Seidel.